Willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us Part 2. Wir wünschen jetzt zu diesem großen Turm, keine Ahnung wie Ebi denn beschrieben hat, Eager, irgendwas scheiße, keine Ahnung. Ja, das ist ja wieder das Thema. Das ist ja wieder einfacher gesagt als getan. Aber wir haben einen Vorteil und zwar haben wir hier sehr viel Gebüsch und so. Das heißt mit viel viel Glück und wenig Pech könnten die Wichser uns nicht sehen. Aber ich würde gerne mal wissen, wie viele sie überhaupt sind. Hier ist eine, da in dem Haus sind glaube ich zwei. Also man erkennt die gut durch Fackeln. Da hinten ist dann drei, also vier, vier, dorthin diese fünf. Geil. Okay. Ich muss irgendwie mal das ganz große Ding rein. Das wird schwierig, das wird schwierig. Denn ich muss auch dazu sagen, das ist mein erstes Game heute. Also kann auch relativ geil werden. Okay, warte mal. Wie gehst du? Du gehst hier raus. Das ist ne fette. Oh shit, das ist ne fette. Okay, warte. Du brauchst die Messer, ich hab drei Messer. Okay. Das ist schlecht. Geh rein wieder in der Ding, wo du gekommen bist. Geht's aber nicht. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay. Ich will zuerst den Typen deinem Haus. Was weiß ich nicht. Es ist nur ein Wurf, der was euch alle leise erledigt, das weiß ich. Just be ready. Ich glaub den Herr. Ich glaub, ich glaub den Herr, oder? Ey, du Arschgeburt. Ich wüsste nicht, wie ich das sonst erledigen soll, aber wenn ich hier hingehe, per Nahkampf, das wird nie gut gehen. Moin! Alles klar. Und Schnauze. Okay. Und meins wird erledigt von fünf oder so. Okay, warte mal. Licht, 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 Licht. Da drüben. Also jetzt gibt's kein Licht, warum auch immer. Hier ist das Licht, okay. Aha. Die Kurve aber alle auch nicht in dem Gebüsch herum, wo ich die da erledigen könnte. Sie hat auch irgendwie Arschloch mäßig. Oh, ist denn die eine Fette? Ist das die? Was machst du? Bewegst du dich gar nicht? Aber wenn du dich nicht bewegst, dann hätte ich auch einen Plan für dich. Okay. Dann bleib schön hier. Ist mir nur recht. Komm, 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 komm. Die sieht mich hier nicht. Okay. Ich muss jetzt komplett außer rum gehen. Aber ist es mir scheißegal, solange ich unentdeckt bin. Moin! Mein Traum. Okay. Der D-Bweck sieht nicht. Pass. Äh, wo? Ich höre noch keine Sau. Moment, kann ich die nur sehen wegen dem Feuer. Ja, hallo. Ko, 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 ko. Wegschleifen. Was machst du? Kommst du jetzt her? Was ist dein Plan? Kollege. Aha, ja. Die Richtung finde ich gut. Fuck man. Die Richtung fand ich gut. Und gute Nacht. Jawohl. Okay, die eine ist noch immer dort drüben, glaube ich, mit der, äh, äh, der, der Fucker. Sollte. Oh. Sie bewegt sich. Die kleine Funzen bewegt sich. Finde ich jetzt nicht so geil, aber ist okay. Okay. Kommt hier noch irgendjemand eigentlich auch herum ohne eine Fucker? Also, was ich so übersehen könnte? Ich weiß es nicht. Also, auf jeden Fall sind mit Fucker noch sehr viele. Doch, da hinten, glaube ich, irgendwo. Eine oder eine. Okay, warte mal. Also, hier drüben ist auch so zwei noch, geil. Okay. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. muss hier rüber komme ich hier rüber könnte gehen ich kann dir nicht geben sie sind so perfekt okay so kann man es auch machen der typ nervt mich ein bisschen hat man soll dann ruhiger zu ziehen ich hatte es geht bei der sniper zu wissen du bist keine normale bis keine fette ich ja hier will mein gott laufend noch weiter ins offene dämliche jetzt das war ein bisschen knapp wird irgendwas geblinkt da war das der regen ok die frage ist aber wo ist der komische turn sehe ich mal jetzt kann ich sehe nie okay ob ich die erledigen soll es noch alle aber ich einfach weiter gehen soll weil die tun sich gar nicht da ist die könnte ich sogar das gut laufen hätte schon geben wenn ich gut bin bin ich gut ich habe keine ahnung ich bin gut wohl zwei schieße kann ich noch abfahren mit der schaden war du bist doch wer ok habe ich zum locken schätze ich bin aber zum locken die toilet ich bräuchte was aber ich habe nix die toilet habe ich bräuchte was aber ich habe nix die toilet habe ich bräuchte was aber ich habe nix gibt es hier irgendwas warum sollte ich hier rein wollen oder können keine ahnung okay egal ich geht es hier ganz hoch tauschen ich will die flankieren die schweine das kann ich von hier ah kollege ist wieder hier okay ich kriege ich ganz easy ist hier in dem haus noch irgendjemand ich denke ich hoffe nicht so kollege wo bist du komm mal her ganz ruhig und gute nacht perfekt könnte mich jemand sehen gibt sie mir was ja munition ist jonas hier irgendwie essen ok es war ja eh nicht weil die nicht voll zum glück weil ich kriege nichts abgezogen wenn ich schleiche logisch war dass ich hatte ich bräuchte im ziegelstein das war nicht ich oder keine ahnung ich bräuchte in der flasche ziegelstein ist mir egal was aber irgendet in der richtung bräuchte ich hätte ich gerne oder whatever sieht denn jemand der nicht ok komm her ich muss mal sagen es ist echt easy wenn sie sich halt nur bewegt und mit rüsten zu mir ist dann ist so easy going ich sag doch es ist schlimmer wenn sie sich bewegen wenn sie irgendwelche ruten haben wenn man keinen plan hat wie die gehen weil die meisten spielen haben die eine bestimmte route und dann weiß man auch okay jetzt geht er hier jetzt geht er hier die gehen wirklich wenn sie gehen irgendwie es ist so realistisch aber es ist auch irgendwie nerviger für mich ok ok warte mal ok der ist jetzt hier das scheiße also den könnte ich auch noch easygoing erledigen ich weiß noch wohin hin sie nur die 2 tut es nervt mich gerade jetzt erst recht geh weg ja genau und du auch ok ok ich will die schon besser ich hoffe das geht sich aus scheiß werde ich ok sehr gut also in der einbringung ist es nur noch die 2 oder wie irgendwas übersehen oder irgendwen oder was auch immer ich weiß nicht ich weiß nicht schwierig die gehen auch irgendwie so wo man nur denken kann ja gut da kann ich nicht viel machen gibt sie mir was zu locken das finde ich aber richtig geile sachen ok wo bist du ich werde nicht mal doch hier klar gibt es zu locken geradeだから kann ich habe einen Das wird richtig eng. Das wird richtig eng. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Ja, du kannst den ruhig sehen jetzt. Was sieht ihr denn? Null. Nein, zu spät. Zu spät. Oh mein Gott, das hat geklappt. Was ist los? Yara, sag jetzt da. Was ist das? Waren das alle? Uiuiuiuiuiuiuiui. Nice. nice 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 richtig gut wie schaut es mit nachladen aus okay das ist auch okay das war ja das ist auch okay danach laden perfekt 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 alles klar gut die gibt es ihnen aber zu holen noch ein medipack geil machen ich könnte nicht ja ich brauchte noch ein so ein flaschen ding dann hätte ich dort auch wieder komplett voll die andere frage ich wirklich so gar nicht also zu null obwohl ich sogar abgewählt habe das ist ich trau die anbrust echt nicht mehr seit dem letzten erst seit dem ersten fehlen wo ich die anbrust abgeschossen habe wo sie drei stunden gebrauchen zum nachladen ist nicht mehr so mal hier wird super hier wird gewesen egal sollte aber noch kurz das haus und das war ich aber glaube ich schon ja hier war ich schon ja okay gibt es zum essen aber wenn ich sowohl ist der turm hier einfach hier nicht gesehen wo man immer munition dann kann nämlich gern mit tauschen nicht passt okay so wie beim komplett leise weil sie was die anderen wuchs machen und die scars die erwähnen die egal ein todes krieg kann man hier noch rein ich kann doch rein ist doch licht ich will hier rein ich kann man nicht rein warum feinde ist überall über licht das sagt gar nichts aus aber ich will das mir rein verdammte scheiße kann man irgendwie was irgendwo hinziehen oder sonst irgendwas aber irgendwie was irgendwo gibt da geht's weiter das hier warte mal da kann man auch machen da drüben wo müssen wir lang oder wo ist der wo ist der turm ich sehe ich wieder nicht okay dass wir schon so doch okay ich verstehe was hier ist das haus eurer mutter dann müsste lefter auch hier sind oder schätze ich mal stark die leben ja volle mitleute ich mitleute stein sei wort da das wissen wir eigentlich schon aber ist pillen aber pro pillen und 18 jahre und decke gegen den lausen muss größer jaha 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 ich bin mal gespannt wie weit es geht ob das gleich weit geht wie elis ding ja aber wo elli ich würde mir echt gerne mit elli spiel aber ist okay aber wie lange kurven wir schon mit mp jetzt herum sehr lange ich kann man nichts machen irgendwo irgendwie sind das ziegen nee ach hier ist also wo ist der turm st aber durch Sie hat mich nur angeschrien. Dann ging sie auf mich los. Ich wollte sie aufhalten. Ich habe sie nur wieder weggestoßen und sie ist in den Tisch gefallen. Hör zu. Du hast dich nur verteidigt. Du hast nichts falsch gemacht. Alles wird gut. Ich verspreche es. Ich verspreche es. Ich verspreche es. Ich verspreche es. Danke. Oha. Lef hat... Okay. Okay. Gut, jetzt habe ich Gänsehaut. Also... Lefs Mom hat das also echt nicht akzeptieren können, warum Lef das gemacht hat. Und deswegen streitmäßig und umgeschöpft und geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was machen wir jetzt? Hauen wir es da ab oder? Ja, was machen wir jetzt? Und auch wir sagen. Wie nein. Was? Wann wir hin? Wir fähr über allkampfgeräusche. In Haven gibt es viele gute. Das dachte ich auch. Wir können durch die Altstadt abköpfen. Die Hauptstraße halten. Und weit weg ist Haven. Weit. Ist unsere beste Chance. Halt uns einfach weiter. Und mal ran. Halt ich auch vor. Aber ich kenne mir hier nichts mehr aus. Hier gibt es Autos? Ich könnte auch für die Insel Autos sein. Hä? Wieso sind hier Autos? Okay. Hä? Ihr wartet mal. Wartet mal. Ich will mal kurz in das Haus rein. Vielleicht gibt es hier irgendwas. Interessantes. Wenn man schon offen ist. Menschen offen ist. Gibt es hier rein gar nichts. Oder wird es doch? Ja siehste. Nice. Ich dachte vorher sowieso. Wie Epi den Bogen aufgehoben hat. Äh. Habe ich jetzt irgendwie gedacht. Dass wir den Bogen kriegen. Also Ambus und Bogen. Aber dann gehört der Lev. Ja Lev. Man hat mit ganzem Herzen beglaubt. Ich weiß. Warum ist ihr das dann zugestoßen? Unser Glaube macht uns nicht gestört. Das war dann wieder Eck. Sie führt uns. Was ist die Straße? Oh shit. Los rein. Schnell. Sind wir jetzt schon wieder? Irgendeinem Laden? Warum Laden? Hä? Wir sind doch immer auf der Insel aber ist okay. Ja und der Problem ist halt jetzt. Wir haben. Wir sind jetzt die Feinde auch. Geil. Wir sind jetzt die Ex-WLF. Kann man eigentlich schon sagen. Geil. Warum ist hier ein Kaffee? Auf der Insel? Unter der Tür. Schnell. Habe ich schon wieder irgendwas verpeilt oder so? Weil wir sind ja noch immer auf der Insel oder? Auf der Scar Insel. Und seit wann haben die so normale Läden? Oder hatten die halt normale Läden? Das sehe ich jetzt überhaupt nicht aber okay. Ach so. Ne. Es war eine frühere Stadt und die haben halt das dann ins Geistgebiet gemacht. Oh Gott. Wir sind jetzt noch mehr bei der Stadt. Vorher waren wir mehr beim Wald. Jetzt verstehe ich es. Waren das Wulfs? Das waren Wulfs? Ne. Das waren Skars. Das waren Skars. Das waren die VLFs. 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 jetzt irgendwie ledig weil die getreide das gesagt haben dass die dorthin gehen wir nicht doch nicht gar nicht kämpfen gegen die erst mir ist nur recht aber der wundern mich in die muni wie viele 71 oder ich dachte ich habe hundern oder so wo sind wo sind scars ich sag mal so lange keine hunde irgendwo sein das ist mir alles relativ oi ne geht die pari ab den schon da nach den schüssen bisschen weiter weg ich weiß nicht so gedämpft sagt doch dass ihr helfen soll ihr helden nein ja 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 Sieh auf! Schüsse! Komm los! Yara, bitte! Nein! Nein! Ich seh jemanden! Ich küsse sie nicht hier! Zurück! Mach den weg! Los! Oh, scheiße! Es ist Abby! Ich sagte zurück! Zurück! Isaac! Was zur Hölle machst du? Lass mich das erklären! Was ist da hinter dir? Mein Lebensretter! Geh aus dem Weg! Wir klären das zu Hause! Er gehört nicht zu dir! Bitte! Abby, weg da! Verdammt! Er ist nur ein Kind! Du hast drei Sekunden, um von dem Ska wegzugehen! Eins! Willst du mich wirklich erschießen? Zwei! Ich könnt nicht weggehen! Sie ist tot! Oh mein Gott! Ich bin weg! Sie ist tot! Oh mein Gott! Mein Gott, sie ist tot. Lef, komm schon. Das waren deine scheiß Leute. Hey, ich bin auf deiner Seite. Komm zu. Wir müssen uns hier rauskämpfen, okay? Und dann musst du uns zu diesen Boten führen. Wir lassen uns nicht aufhalten. Ja? Okay. Okay. Wir nach. Hey, dieser Gott, verdammte Eise. Ja, natürlich, knall. Klar, ja, du Hurensohn. Oita. Oita. Ich werde wahnsinnig.